wisst ihr was das ist das ist ein papierpanzer und genau so was das bauen wir heute willkommen in der noppenplätze steine mein name ist block sound freunde ja wir bauen heute einen papierpanzer und das sogar aus kobe stein denn wir bauen einen panzer der serie das steht für entwurf also für fahrzeuge die ist nur auf papier gab wobei bei diesem fahrzeug stimmt nicht ganz ein prototyp wurde gebaut jetzt wisst ihr schon eigentlich am thumbnail und youtube videotitel wir bauen heute die 2571 den panzerkampfwagen 100 von kobe in der limited edition und dieser braune karton passend auch zum thema papierpanzer ist mir heute ganz frisch geliefert worden ihr seht die 74 das heißt hier ist ein zertifikat unterschrieben von kobe chef dabei mit der 74 also die 74 bestellung war meine jetzt ist natürlich nicht schön deswegen kommt mit mir jetzt hier auf den bautisch dann schauen wir uns nämlich den inhalt dieses kartons genauer an ja freunde da haben wir uns selbst wo 571 auf den bautisch bevor ich aber über den karton sprechen noch ganz kurz zur umverpackung beschimpft mir oft immer über die lieferdienste aber hier hat mir der nette ups fahrer ein herz drauf gemalt seht ihr das da ist ein stück noch meine adresse und ein herz lieben vielen dank lieber ups fahrer so abruf fahrer schauen wir uns das fahrzeug hier an unserem panzerkampfwagen 100 das 100 steht hier für das gewicht wobei ich euch schon mal mittel was vor spolern kann das ding hat mehr als 100 tonnen gewogen ganz cool im maßstab 1 zu 28 und warum limited edition ja weil wir haben hier das zeichenbrett quasi unsere entwurf bord wir haben den motor hier auf einem laser typen schild und wir haben hier fünf figuren bei der normalen version haben wir nämlich nur den panzer und eine figur und auch nicht den motorträger hier wir haben hier eine fließe mit drei unterschriften wobei ich auch da schon spoilern kann im original gleich werden nämlich nur noch zwei unterschriften sein und das finde ich auch ganz gut wir haben einen panzer fahrer wir haben einen volkssturm soldaten wir haben einen oberst wir haben hier eine weibliche wehrmacht angehörige und noch einen soldaten das fahrzeug hat hier einen tollen werkshallen hintergrund und da brühen sogar die funken natürlich ist das set dann aus der historical collection schauen wir uns die rückseite an ich habe euch gesagt 1667 steinchen und die fünf minifiguren wir können den motor hier uns angucken und schön bauen generell der ganze innenraum da freue ich mich ganz besonders und auch so motorträger und zum kram mag ich ganz gerne 37 cm wird das ganze fahrzeug lang 12,5 cm hoch und wir können die luken aufmachen und alle möglichen anderen luken zum rein lunzen in unser fahrzeug ja und ein bisschen gewehre und so ein kram haben wir auch dabei für diese fünf figuren hat viel wichtiger ist aber natürlich was im karton sich verbirgt ein blick noch kurz hier auf das original foto und dann wussten wir mal eben gerade die tüten aus dem karton ja freunde da haben wir den ganzen inhalt hier auf den bautisch und ich kann euch sagen das sind fünf tüten fangen wir mal so an hier es ist die 12345 tüten eine ganze menge gut wir haben ja auch hier 1677 steinchen eine sehr fette anleitung klammer gebunden komme ich gleich dazu hier aber ganz wichtig mein zertifikat die nummer 74 mit diesen zwei geladerten schildern einmal für den maybach motor und für das fahrzeug ja fünf tüten voller kobe mit viel plastiktüten dann drin ist kann mir jetzt schon mal glaube ich einen gelben sack besorgen denn der wird wahrscheinlich zur hälfte voll nur von diesen tüten mit den tollen kobe stein packen wir es mal kurz zur seite gucken uns die anleitung an ab zehn jahren das glaube ich auch bei der menge der steine wir haben hier einen grünen punkt captain planet ein feile monster ein löwe und so weiter und so fort ganz wichtig für alle die es nicht wissen bei kobe alles an diesem fahrzeug ist bedruckt und die anleitung wurde in der eu gedruckt auch ganz gut dafür zahle ich übrigens ganz gerne mal was ein bisschen mehr wenn ich weiß das kommt alles aus europa hier haben wir eine legende denn wir haben verschiedene breckes verschiedene slopes damit wir auch wissen verschiedene achslängen und so weiter welche wir wie wohnen nehmen kobe anleitung wie folgt wir haben eine große bau abschnitt gruppierungstüte so nenne ich sie mal dass ich die 12 mit der fangen wir an reißen sie auf und dann bauen wir aus den steinen unsere bauschritte hier kobe bauanleitung haben keine seitenzahlen nur diese einzelnen bau schritte kleine umrundete rechtecke weisen uns immer die teile anzahl was wir gerade bauen feile weisen uns den weg wie wir was wo auf zu noppen haben und was wir hier gebaut haben ist hier dann schon am nächsten schritt farb entsättigt und das neue ist dann wieder farblich es gibt auch kleine legenden damit wir wissen hier wie lange muss hier dieser stab sein und generell manche sachen haben auch noch mal so wende pfeile also eigentlich sehr sehr einfach ich mag kobe bauanleitungen wir sind dann komplett fertig mit dem bauschritt 313 m das richtig sehe und zum schluss sogar noch eine kleine anleitung wie wir die figuren zusammenbauen und die letzten seiten dann generell teile übersicht falls euch teile nämlich fehlen könnt jetzt kontrollieren und hier dann auf der webseite monieren ganz zum schluss gibt da noch etwas werbung und schaut mal auf meiner kobe playlist und erratet mal welche dieser fest ich schon gebaut habe ich kann es euch verraten das sind hier zwei drauf aber alle anderen habe ich gibt es demnächst dann auch in der playlist hier auf meinem kanal ich möchte euch aber noch mal ganz kurz das fertige fahrzeug zeigen denn 313 war ja nur zum schluss hier der motor und das ganze drumherum wir den motorträger wir sind fertig mit dem panzer eigentlichen panzer hier bei der 274 das set gibt es auch später noch natürlich als ganz normale edition ich habe es euch gesagt das ist dann die 2572 hat hat nur eine figur und den panzer an sich aber die bauen wir heute nicht wir bauen die limited edition von kobe vom panzerwagen 100 viel spaß bei den fakten und beim zuschauen wie ich klemme und mir ebenso dann spaß beim klemmen freunde ich habe bock ihr hoffentlich auch lasst uns beginnen speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über den e 100 wobei wir erstmal klären sollten was ist überhaupt diese serie nun ja die serie war eine im jahr 1942 entwickelte panzer serie mit der die wehrmacht versuchte die bisherigen panzer typen vor allem panzer 3 den panzer 4 den panzer 5 panther und den panzer 6 tiger zu ersetzen sie reichte von fünf tonnen waffenträger bis zum 140 tonnen schweren e 100 von dieser serie wurde kein einziger panzer in serie produziert das e steht dabei für entwicklung also für ein papierpanzer folgende e panzer waren bekannt der e 10 ein jagdpanzer der den jagdpanzer 38 t ersetzen sollte der e 25 als ersatz für den panzer 3 und panzer 4 gedachter panzer der auch auf dem konzept des e 10 basierte mit einer 7,5 cm packt der e 50 ein 50 tonnen schwerer kampfpanzer ähnlich dem tiger 2 mit 8,8 cm kwk also kampfwagen kanone der den panther ersetzen sollte der e e 75 ein 75 tonnen schwerer panzer als nachfolger des tiger 2 mit 128 mm kanone die bekannt ist aus dem jagdtiger sowie der e 100 der e 100 war ein deutscher entwurf für einen super schweren panzer der entwurf wurde von krupp einen der größten waffenhersteller deutschlands erstellt und wurde von henschel ausgeführt der panzer e 100 sollte einer der größten panzer der welt werden und sollte in der lage sein so viel infanterie als auch panzer abwehr zu leisten die idee für den e 100 wurde 1943 bei der wehrmacht geboren als die deutschen streitkräfte den bedarf an einem schweren panzer erkannten der den alliierten entgegen gehalten werden konnte der e 100 wurde entwickelt um einen schweren gepanzerten kampfwagen zu schaffen der in der lage war infanterie unterstützung und gepanzerte durchbrüche zu liefern trotz seiner größe und seiner mächtigen waffen systeme wurde der panzer e 100 jedoch nie in produktion genommen geplant war ein maibach hl 232 motor mit kompressor aufladung und etwa 1200 ps zu verbauen im prototyp bei einem maibach hl 230 motor mit 700 ps eingebaut der e 100 hatte eine beeindruckende bewaffnung darunter 150 mm turm auf basis des panzer maus ist der in der lage war sowohl panzer als auch festungen zu zerstören eine 128 mm kanone wurde in der frontpanzerung des turms montiert um auch schwere panzer auf entfernung von bis zu drei kilometern zu bekämpfen eine weitere 7,5 cm kanone war koaxial montiert um den panzer gegen angriffe von oben und von anderen panzern zu schützen der e 100 war jedoch aufgrund seiner größe und seines gewichtes von über 100 tonnen schwer zu manövrieren und zu transportieren sein gewicht stieg in der entwicklung auf die schon erwähnten 140 tonnen darüber hinaus war die produktion in einer zeit der kriegsanstrengung schwierig und letztendlich nicht durchführbar hergestellt werden sollte der panzer von den adlerwerken letztendlich wurde die idee aufgegeben den 100 in produktion zu bringen und der prototyp der fast vollständig fertiggestellt wurde wurde von der us-armee erbeutet und später den briten übergeben die ihn dann in den 1950ern verschrotteten trotzdem bleibt der e 100 ein faszinierendes beispiel für den entwurf eines schweren panzers während des zweiten weltkriegs obwohl er wie erwähnt nie in produktion ging zeigt er doch was die deutschen militärs damals versuchten die technologie des krieges weiterzuentwickeln und den alliierten im kampf überlegen zu sein ja freunde das waren ein paar fakten zum papier panzer e 100 der einen prototypen hatte deswegen ist das hier nicht so ganz richtig ein fahrzeug wurde ja gebaut ähnlich wie auch bei der maus viel spaß euch jetzt aber während wir uns das kobe set 2571 mal genauer anschauen vier stunden später und unser 100 in der limited edition von kobe hier seht ihr auch noch mal mein zertifikat ist fertig hier auf meinen bautisch ich muss sagen vier stunden das geht vielleicht auch schneller denn man hat hier sehr viele große briggs das habt ihr vielleicht gesehen ich habe entspannt im talk bei mir auf dem discord das ding gebaut die ganze nacht durch weil ich bin immer so ein bisserl wenn ich so eine limited edition kriege dann muss ich das weg knuspern dann wird es aufgerissen wird gebaut 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 und dann stehe ich nicht eher auf bis das set fertig ist das ist ja eigentlich die zweite version eines e 100 hier bei kobe wir hatten ja schon die 30 36 den jagd panzer e 100 in der world of tanks serie da wo ja generell diese fantasie panzer ich zähle dem aus dass man dazu den panzer 8 auch wenn der auch glaube ich zweimal gebaut wurde aber in dem diese fahrzeug ja eigentlich zuerst bei kobe beheimatet waren der waffenträger der mauerbrecher und eben gerade der besagte jagdpanzer e 100 maus ist ja außer stichwort denn wir haben ja hier den mausturm wir haben das bekannte fahrwerk hier von dem jagdpanzer e 100 und wir haben natürlich typisch limited edition die ganzen sachen dazu fangen wir an natürlich hier mit unseren laser gravur schild beziehungsweise mit dem laser bedruckten schild ihr seht ihr bitte meine patsche finger drauf e 100 und die 74 für das zertifikat das gehört ja immer dazu ist immer ganz nice dass daneben zu stehen zu haben ich muss aber ganz ehrlich gestehen die wandern bei mir meistens immer in irgendwelche tüten denn die fahrzeuge kommen so ins regal auch das drumherum kommt meistens in tüten das fahrzeug stelle ich in mein regal tüte ist das stichwort denn wir haben auch ein paar steinchen über kettenglieder zwei an der zahl und so kleine bügel pärchen und auch so einen kleinen gelben stab packe ich immer in diese tüten von den corona tests dann geht es bei mir in meine reserve kiste von kobe ja wo fangen wir an sparen wir uns den panzer zum schluss auf fangen wir vielleicht mit dem größten aufreger an dieses hat nazi gold nein was darf ich überhaupt noch zu sagen oh nein ich muss glaube ich ausblenden aber hier haben wir die truhe mit gold barren wenn also noch schatzsucher da draußen es suchen in diesen sets ist es versteckt ihr müsst nicht in irgendwelchen sehen in österreich tauchen hier ist es versteckt kleiner gimmick lustiger gag ja das kann jeder für sich selber entscheiden dann haben wir hier diesen stand diese kleine blau pause vom e100 beziehungsweise von irgendeine entwicklung panzer denn ich finde auf dieser einmal zweier fließe hier mit den drei rädern da muss ich irgendwie auch wenn das schachtellaufwerk ja alle diese fahrzeuge hatten irgendwie an den e25 denken müsste man nach googeln gibt es bilderchen zu reihe vielleicht verlinkt das unten in der video beschreibung kann ich euch aber nicht versprechen aber so ein stand ist ganz lustig schade dass man es nicht aufnocken kann wobei es ist schon cool aber man kann es einfach hinstellen hier weil wir den abschluss haben aber irgendwie finde ich immer den den jahr das besser wenn man es aufnocken kann wobei es hier von der bautechnik nicht geht also ja kobe hatte da auch wahrscheinlich eher denkt dann modellbau oder sowas und da stellt man sich eh nur hin dass man damit noch was machen könnte mit einer klemmer stein da glaube ich denken die gar nicht dran egal also hier diesen schönen ja sagt man das bortentwicklungsbord heute wäre es ja so ein multimedia pc fernseher dings aber hier früher so noch analog mit zettelchen und sowas und hier sehen wir auch die wanne der maus würde ich sagen das panzer 8 ist ja geht an die seite stelle ich mal hier hinten hin eine kiste haben wir hier noch mit voller werkzeug so eine graue kiste da haben wir allerlei werkzeug drin hämmerchen schraubzwinge zange und so weiter und so fort ganz nice gehört ja dazu wenn wir hier so einen motorwagen haben der ist richtig cool der rollt auch ganz gut und wir haben hier den motor gleich schon eingehangen das funktioniert auch ganz gut wenn man es genauso macht wie in der anleitung und auch da haben wir werkzeug wir sehen einen schraubenzieher einen hammer wir haben kleine rädchen und wir haben hier hebel zum hoch bocken und da zum drehen es passt ganz gut man kann das wisse verstellen man kann natürlich das hoch und runter machen und hat diese ketten glieder und ach ketten knüpfen das macht weil kubi gerade bei diesen kleinen ketten überhaupt kein spaß und aber da drin ist natürlich das highlight der motor den hänge ich jetzt mal raus wir brauchen nämlich gleich wenn es zum hauptdarsteller geht nämlich unseren e 100 so geht daraus so zack da auch drauf gesteckt rausgehangen und fertig da ist noch mal dieser motorwagen kann man vielleicht sich auch leicht nachbauen wenn man ein bisserl kubi steiner hat so ganz nettes teil schauen wir uns den motor an dafür gibt es ja auch einen träger da packe ich dann mal gleich die soldat hinweg die ich hier drauf genommen hatte guck mal ich habe einen wehrmacht table dancer daten gemacht na egal packen wir zur seite hier haben wir diesen auch diesen motor stand mit laser fließe da die zwei noppen der motor hat hier die noppen aufnahme und dann können wir unseren maybach hl 230 da drauf packen in den fakten habt ihr ja gehört was es mit dem motor auf sich hat der motor ist eigentlich ganz cool man muss halt genau aufpassen und diese diese tubs hat hier auch unter diesen roten schläuchen macht vor allem gut ist wirklich die kamera kommt wackel wackel da haben wir auch so was ähnliches wie metallik fließen würde ich sagen metallik slopes das was kubi so als metallik verkauft und eine große fließe mit luftfiltern würde ich sagen ja das ist eines der highlights hier von diesem set warum es diese lösung gibt da seht ihr ja auch auf den karton ich pack mal an die seite denn zum motor kommen wir gleich ich zeige euch jetzt die figuren generell gibt es von den figuren ja nach diesem besprechungsteil noch mal eine kleine fotoshow da könnt ihr euch die figuren noch mal ganz genau angucken denn kobe macht ja immer bilder und ich kann mir diese bilder auch bei kobe besorgen die ich oft die einblende hier an der seite nur bei limited editions da komme ich nicht an bildern fangen wir mal ganz von oben an wir haben nämlich hier unseren oberst bedruckt guckt ein bisschen böse doppelkinn hat hier auch schon eisernes kreuz und alles und six pack wahrscheinlich war gegen ende des krieges gab es ganz über mehr so und auch diese neuen hohen stiefel wie gesagt figuren gibt es später noch mal in groß beziehungsweise als bild in der bilder show dann haben wir hier unseren panzer fahrer kommandanten mit großen kopfhörern und der mp 40 und natürlich rosa litzen und kragen spiegel er hat hier schon mal irgendwas gegen kopf bekommen oder das gesicht die typische deutsche schwarze panzer fahrer uniform und unten hose im splittertan und hat diese kleinen schulchen und das hinten hat auch wird druck da sieht man so ein bisserl wie gesagt mp 40 und bilder gibt es nachher noch mal dann haben wir hier unseren wehrmacht soldaten mit sturmgewehr muss man diesen stab zur seite packen das nämlich eigentlich quasi eine arretierung für die motorhaube da kommen wir gleich zu dieser druck ist ja ganz neu hat diese späte 1945 44 uniform ich glaube 45 auch so ein schönes erbsentan oder wie es genau heißt das weiß nicht könnt ihr wort man die video beschreibung packen mit dem sturmgewehr den kleinen schuhen und hinten halt hier auch diesen gasmasken behälter und wasserflaschen die george lukas für seine sturmtruppen übernommen hat sogar hinten auch bedruckt mit diesen tragegurten y drehen glaube ich so heißt er und natürlich dieser feldmütze 43 korrigiert mich welche was falsches sagen kommen wir zu den zwei figuren die vielleicht am interessantesten sind in diesem set auch wenn man figuren ja bei kobe gibt es immer nur leute die lieben sie oder sie hassen sie dazwischen gibt es eigentlich glaube ich kaum jemanden wobei ich bin dazwischen schauen wir uns diesen volkssturm mann an ich musste irgendwie an gunter fitzmann denken bei die brücke aber irgendwie passt das gar nicht hier auch so eine uniform so fantasie mäßig volkssturm hat ja alles mögliche und die form bekommen so stellt scharf kamera da haben wir ihn mit riemen für die panzerfaust brille älterer herr hier hinten auch wie gesagt wenn die kamera jetzt nicht so ganz will wie sie dann bekommt es nachher nochmal und auch kleine kleine schwarze schuhe da und dieser riemen hierfür die panzerfaust aber hinten haben wir auch auf den rücken einen druck für diesen y riemen so geht zur seite und ja über das müssen wir reden nämlich über die figur die dame mit diesem schild mit der unterschrift oder eben nicht denn jetzt kommt es gibt vorfeld gab es ja diskussionen auch von mir dass ja hier ein böbischer gefreiter auf dieser fliese unterschrieben hat und kobe wirkt damit unter anderem auch auf dem karton da ist es nämlich mit drauf hier im set ist es da nicht darauf ich vermisse nicht aber es ist natürlich ein bisschen blöd wenn es hier mit geworben wird und dann fehlt die fliesen unterschrift der fiesen figur also die das unterschrieben hat generell hier so ein griff dran eigentlich ist es mehr so ein schild statt einer fliese da seht ihr es hier so typisch kennen wir auch bei lego von marvel oder so diesen steppen wir hier rein die fiese fliese dann die figur die irgendwie ja auch irgendwie probiert er gesagt ja neue weibliche figur hurra 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 aber diese figur ist unten irgendwie ein bisschen pummelig hat diesen rock und oben dann wieder dünn und zierlich hat ganz grüne augen schöner druck also hinten nicht aber vorne und jetzt kommt eigentlich sieht sie aus wie eine flasche denn oben ist ein schraubverschluss da machen wir einen bolzen rein eine noppe damit wir das schiffchen drauf machen können ich finde bei einer limited edition hätte man dann doch auch noch ein anderes hatte rein machen können oder denn so ist irgendwie weiß nicht jetzt hier aus wie keine ahnung schreibt mich mal in die kommentare was ihr davon haltet rock ausziehen tue ich jetzt nicht unten hat sich stramme beine und dann oben so dünn grüne augen und schiffchen mit extra noppe auf dem kopf ja geht an die seite so viel zu den figuren wichtig und da stellen wir scharf auf den e 100 fokussieren wir uns jetzt mal ich packe mir alles so ganz liebevoll zur seite und wir fahren das fahrzeug mal hier in den mittelpunkt gucken uns mal ganz kurz an den großen turm den wir kennen von der maus der hier drauf genobbt ist wir haben eine schöne kette ich habe euch gesagt hätten knüpfen kein bock hammer wobei ich immer krass finde bei kobe dieser hammer oder hammer wie mehr als die mehrzahl sehen immer amerikanische aus immer amerikanische zimmermanns hammer da weiß ich gar nicht die gab es doch bestimmt so damals gar nicht oder keine ahnung wir haben hier drucke hier wir haben an den seiten drucke hier und auch hier die mündungsbremse hat drucke da an der seite auch drucke haken ösen wir haben hier oben an den luken drucke und wir haben im motorraum drucke hier auch diese luftfilter und hinten haben wir dann keinen druck mehr hinten haben wir nämlich dann noch eine motorhaube da die berein klipsen komme ich gleich zu schauen wir uns mal an was wir uns angucken können haha doppelt gemappelt wir können nämlich hier vorne die luken aufmachen beide und dann so wegziehen da kann man auch sogar figuren reinpacken das passt die stehen da so komisch rum aber viel cooler ist ja wir haben ihren innenraum ich brauche es war beide hände sagt ziehen wir raus und dann können wir in den fahrerraum rein schauen da sehen wir einen sitz da wir haben hebelchen wir haben so ein lenkstab eine lenkung und schläuche nach hinten ganz cool kriegt ihr auch gleich noch mal in den detail fotos dann hinten der motorraum da sehen wir nämlich genau der motor passt da super rein da ist diese noppe für den motor wo wir sind aufmachen können ich habe euch gesagt farblich passt es auch genau nämlich zu dem was wir hier gebaut haben der motor hat nämlich ja auch rote schläuche da haben wir rote an punkte an an legpunkte gleich mal da ist die noppe da unten ist diese jumper plate von kobi und da ist auch sogar hier noch die nockenwelle würde ich mal quatschen nockenwelle die kadernwelle die antriebswelle das passt also ganz cool der motor passt auch 1 a 2 noppen drauf hier so gedruckt buf jetzt habe ich den stapel bisschen egal weil ich euch vorhin ja den träger gezeigt habe aber er passt 1 a da rein alles cool von hinten hier sieht er aus wie ein aufgebotener tiger 2 also motor passt locker rein wenn man nicht wie ich hier mit den städtchen rumfummelt und dann gibt es halt hier diese klappe die man hier so aufmachen kann aber ich sage euch gleich die fällt mir immer auseinander wenn ich hier versuche zu heben und es rauszuheben wir haben nämlich hier zwei noppen aufnahmen da seht ihr eine seite die andere und ihr kennt das ja bei kubi stein noppen aufnahme alles cool klemmt halt gut und wenn ich jetzt versuche hier das ding mal in die hand die klappe aufzumachen dann zerbröselt es mir immer irgendwie die klappe also bei mir ist das so ich mache jetzt die klappe auf seht ihr und da geht schon auseinander das finde ich schade hätte man vielleicht noch mal das tiefer machen können und dann diese schmalen dünnen fliegen das fliegen riesen das finde ich schade dann haben wir hier zwei noppen denn wir sollen hier einfach noch ein ketten glied drauf packen quasi so als noch mal extra halter aber ihr seht es vielleicht schon hier es geht immer wieder hoch und dementsprechend hält die fliese auch nicht wahrscheinlich jetzt vorführeffekt aber nein ihr seht es so geht nicht weil ihr hinten dass sich immer wieder hoch drückt das ist ein bisschen schade also man muss das 20 mal machen jetzt geht es aber scheiße ist hochhebel fährt er gleich wieder runter nee geil okay alles klar gut alle guten dinge sind drei vorne der fahrgastraum würde schon sagen der fahrerraum und ich wollte euch jetzt noch zeigen hier luke können wir auch dieses bauprinzip bei kobi einfach hier so hochziehen wegdrehen fertig machen wir so machen wir so und dann können wir das auch wieder hier ganz normal rein drücken das passt auch ganz gut bis zu spack aber es geht so zack luke zu ihr seht es hier ja das fahrzeug generell dass das fahrwerk kennen wir schon finde ich gut läuft auch einigermaßen im endeffekt glaube ich läuft es so wie es in echt auch wäre das ding ist super schwer und dementsprechend ist der rolltest auch ja vielleicht ein bisschen butter margarine geht es besser nein keine ahnung aber für den schweren panzer ist das in ordnung schauen wir mal von der seite kurz von vorne hier noch die lampe die kette habe ich gesagt hier das fahrwerk war auch schnell zu bauen wobei mir manchmal hier die radkranz abgefallen ist beim beim bauen und beim rumtesten für euch bevor ich hier das review mache ja und dann noch mal hier von unten jetzt habe ich auch glaube ich ganz klar sehr massiv das macht bock der baum macht bock auch wenn es viel zu viel grau ist da hätte man auch vielleicht mal mit das fantasie ist mit zwei farbtan bauen können ich meine diverse chinesische halbkopierer zeigen ja wie es geht so jetzt wieder mal gucken es gibt die klappe auf ohne dass mir auseinander bröselt und dann haben wir hier diese stange irgendwie soll man das so machen vielleicht habe ich auch falsch verstanden gut nice to have ihr habt ihr gesehen ich habe daraus meinen table dance soldaten gemacht kommen wir jetzt aber noch mal zum highlight oder kubi denkt das ist ein highlight dass wir hier in den turm reingucken können und ich habe keine fingernägel und ich kriege das immer schlecht hin seht ihr deckel ab auch wieder hier angedeutet dass man das aufmachen kann beziehungsweise kann man es aufmachen also figuren passen da auch durch mit dem kubi ihren schmalen kubi hüften das geht das passt auch und dann haben wir hier den innenraum des maus turm ist ja mir die ganze munition sechs rounds also sechs schuss auf jeder seite wir können hier figuren hinpacken wir haben hier solche diese kleinen goldenen städtchen finde ich ganz nett habe noch nie gesehen bei kubi wir haben hier ja da die steuerung für die kanone die wir auch hoch und runter packen können wir sind zwei kanonen wobei wir hier eigentlich nur eine sehen und das ist ja ein bisschen schade denn kubi also hier hinten haben wir auch noch werkzeug oder werkzeugkiste finde ich ein bisschen schade denn es geht besser wir sehen viele noppen bin ich zwar auch fan von aber ich zeige euch jetzt mal hier ein paar bilder vom lieben maurice von mir vom discord der mal einen mausturm umgebaut hat mit der ganze maus umgebaut hat in zwei farbton das könnt ihr den seiten erkennen und wie schön man so einen turm von innen gestalten kann mit nur ein paar fliesen mit ein paar anderen ansätzen und dann sieht es schon gucken besser aus als jetzt hier bei kubi ich glaube auch da haben diese chinesischen halbkopierer so nenne ich sie mal auch einen sehr guten job gemacht vielleicht sogar ein bisschen besser als der von kubi ja trotzdem mein erster großer papierpanzer mein erster 100 ich habe keine maus ich habe keinen mauerbrecher ich habe nicht den waffenträger von daher bin ich schon zufrieden weil der baum mir spaß gemacht hat der bau hat mir spaß gemacht auch natürlich wenn es viel zu viel zu viel ja light blue grey würde man bei lego sagen hellgrau bei kubi ist die figuren sind nice die riesengeschichte ist irgendwie ulkig weil wie gesagt ich brauchte den böhmischen gefreiten ich habe ihn auch nicht bekommen aber auf dem karton ist es drauf und kubi wird immer noch damit das ist ein bisschen den motorwagen finde ich cool und die figuren an sich sind alle gut auch wenn die frau lustigerweise oben so ein drehverschluss auf dem kopf hat einen loppel ja das war es jetzt hier erst mal mit dem e 100 hier haben wir noch diese seiten bewaffnung auch hier haben wir noch dass diese periskop wenn ich mal als druck den hatte ich noch vergessen ja das war es mit dem e 100 erst mal bis hierhin ihr bekommt das detail fotos da könnt ihr nochmal ein eigenes bild machen und dann sehen wir uns zum schluss noch einmal die augen meine lieben freunde wie versprochen bekommt ihr hier noch mal ein paar detail bilder der minifiguren da fangen wir mal an wegen dieser bösen fliese der fiesen fliese und vom e 100 und den ganzen werkzeug darum das gold zum beispiel der motor trigger und 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 einfach damit ihr euch selber noch mal einen eindruck vom fahrzeug machen könnt unabhängig von meinem geschwafle davor ein etwas längeres review aber es ist ja auch ein großes set eine limited edition und das ist das stichwort freunde fehlt hier auf meinem kanal noch eine limited edition möchtet ihr eine ganz bestimmte limited edition sehen schreibt mir das bitte in die kommentare oder werde ich versuchen diese für euch zu besorgen damit ich sie einmal reviewen kann kobe gibt es ja schon etwas länger und ich habe sicherlich noch nicht alle limited editions gebaut also bitte in die kommentare schreiben und ich würde mich freuen wenn ihr mal in die video beschreibung guckt und die links dort ausprobiert das waren die bilder und jetzt noch ein paar worte meine lieben freunde ja freunde eine limited edition und das heißt auch dieses video ist limitiert es geht einmal zu ende ich habe es euch gezeigt für und wieder ihr kennt meine meinung aber eure meinung ist eigentlich hier das wichtigste schreibt mir mal eure meinung zu 2571 unten in die kommentare auch vielleicht wartet ihr auf die 2572 nämlich die normale version oder sagte nie einer dieser papierpanzer reicht mir schon ich habe schon den e 100 den alten oder die maus oder dem waffenträger ihr wisst was es von kubi so alles gibt wenn ihr es nicht wisst schaut bitte unten einfach mal in der video beschreibung da gibt es einen link zu den kubi freunden gerne eine facebook gruppe mit vielen kubi enthusiasten da könnt ihr noch schauen was es früher mal gab und natürlich auf www.kubi pedia.com da findet ihr alles jetzt dies jemals von kubi gab zu 99 prozent so und natürlich wie immer die angaben stürmer ohne gewehr oder ohne pistole oder das heißt oder ohne hier 128 millimetre kanone freunde ich hoffe das video hat euch spaß gemacht mir hat es spaß gemacht für euch mal wieder eine limited edition zu bauen wie immer würde ich mich dann freuen wenn ihr daumen hoch daumen runter kommentar habe ich euch gerade schon erzählt aber ihr seht ihr alles hier an der bauchbinde habt eine schöne zeit bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blog star abonniere 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 Vielen Dank.